Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den Bausimulator 2015 zusammen mit dem Toto. Hallo! Ja und wie ihr schon hört, kein Rauschen mehr. Ich habe ein neues Interface, alles läuft jetzt wieder Bombe, wunderschön. So, ähm, ja, Marco, keine Ahnung, wo der ist, doch, jetzt egal. Und, ähm, ich hatte schon mal ausgebaggert und alles und jetzt müssen wir halt besorge vier Vorbauten vom Stahlwerk und setze sie in den richtigen Positionen in der Baustelle. So. Äh, hä? Braucht mir da nicht den Stichlater? War da nicht irgendwas? Äh, ich glaube, wir müssen uns einen, ähm, Hänger kaufen. Aber ich weiß nicht mehr, wo man den kauft. Hier auch nicht. Sind wir denn hier jetzt richtig beim Stahlwerk? Ja. So, nochmal. Da, Leih-Anhänger, genau. Gut, und jetzt. So. Ja, hier sind sie. Im Hänger direkt drin. Durch erst mal die Ladung befestigen. Oh, und rollt direkt zu. Guck dir das mal an. Wunderschön. Wow. Wow. Genau, fahr direkt mal runter. Ja. Sieh, machst du dran. Ja. Ach, du bist schon dran? Ja. Gut. Dann auf zur Baustelle. Du musst noch die Dinger einfahren. Ja. 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 Ja, nice. Läuft durch. Gut. Und wie war deine Woche so? Hat das Problem mit meinem Computer. Oh, warum? Was war los? Weil ich nicht, der ist als beim... beim LS ist er alles abgekackt. Beim LS? Ja. Ich weiß nicht, ob es noch in meiner Grafikhalle liegt. Keine Ahnung. Okay. Ist schon... merkwürdig. Ich stelle mich mal eben hier ein bisschen lauter. So. Jetzt müsste ich lauter sein. Jetzt bist du lauter, ja? Schöner, ne? Ja. Schön ist es, dass es angebrüllt zu werden. Bin ich hier richtig warm aus der Baustelle? Ich glaube. Junge, Junge, Junge. Was denn? Der ist ja auch um die Kurven wie so ein Berserker, ey. Oh, Scheiße. Du kannst doch da vorne links rumfahren. Ist kein Problem. Ja, läuft. Was muss doch gerade kommen. Wie setzen wir das denn jetzt da rein? Kannst du nicht, der, den großen Kran, nö? Mit dem großen Bagger? Meinst du? Mit dem großen Bagger? Ich sagte ja, meinst du? Ich habe den Bagger ja hier, ich hole ihn mal. Hoffen wir, dass das klappt, ey. Hoffen wir, dass es besser ist. Scheint aber zu klappen. Soll ich mal ein bisschen zurückfahren, oder geht das so? Warte, kann ich dir gleich sagen, aber müsste, glaube ich, so klappen. Ja, da war es ja gerade. Scheiße, jetzt kann man das nicht drehen. Auch nicht mit Kuh? Ne. Mit Kuh und Ege haben wir uns nicht drin, ne? Äh. Oh, wie hänge ich das denn jetzt ab? Wie wollen wir nochmal abhängen? Äh, LED hast du? Jo. Ich wollte gerade fahren, ob du ein Stück rückwärts kannst. Ich weiß doch, was du gut bist. Ne. Schon cool gemacht, irgendwie. Ja. Aber kannst du ein Stück vorfahren? Und jetzt hau ich den anderen auch wieder. Ja. Oh. Mein Gott. So. Gott sei Dank, das ist mit dem Bagger hier. Mach die Baustelle frei. Großer Bagger. Ich versorge vier Kanalmodule, drei Meter. Von einem Baustoffhändler. Ich glaube, wir fahren da auch mal mit dem Hänger hin. Ja, den kann ich eigentlich hier stehen lassen. Den brauchen wir dann ja eh wieder, um Sachen zu verladen. Ja. Komme. Meinst du, wir brauchen den Pritschenkran? Verdumm mal mit dem hin. Und ich nehme mal den Pritschenwagen mit Kran. Ob wir das mit dem verladen können? Ich bin mir nämlich nicht ganz sicher. Weil das waren so große Betonrohre. Ja. Aber wir schauen mal. Ein bisschen schnell hier. Aber schnell ist gut. Ach stimmt. Wir haben ja hier noch beim Baustoffhändler unsere Sachen stehen. So. Schauen wir mal. Rohr und Kabel. Da. Kanalmodul drei Meter. Und Abwasserrohre. Okay. Sind denn jetzt die Kanalmodule? Ach da, die liegen da vorne. Ja. Wie geht das mit den Pritschen aus? Ich teste das. Oh. Ich teste das gerade eben. Einen Moment. Ich glaube es fast nicht. Ich dachte, du gibst dir sofort Bescheid. Aber da bist du ja auch schon. Was? Hier flog nur gerade mal wieder so eine Laterne rum. Ach so. Fährt er mit dem offenen Ding hier rum, Alter. Naja. Weniger Luftwiderstand. Ja, nee. Klappt so. Aber ich weiß nicht, ob wir alles da drauf kriegen. Etwas größeres gibt es nicht, ne? Was meinst du? Als LKW oder was? Ja. Nee, glaube nicht. Ich bin mal gespannt. Wenn wir alles hier drauf kriegen. Ich glaube nämlich nicht. Soll ich den anderen LKW noch holen? Ja, ich glaube den brauchen wir auch. Zumindest für die Abwasserrohre dann. Warum rutscht der denn das da nicht da rüber? Oh, ja. Oh, ja. Ja, das war so klar, dass das nicht klappt, ey. Und dann? Oh. Oh. Das war's. Und das letzte? Das letzte. Das ist richtig geil jetzt mit so Rohren und so. Ja. Ich hab ja eigentlich gedacht so, das war's jetzt. Der höchste der Gefühle. Aber... Da geht ja noch einiges. Oh! Lass mal eben gucken wie das aussieht hier. Mach mal die Ladung fest. Geht das? Nee. Ja, das muss so. Ja, runterrollen können wir ja nicht. Oh, was hoffen? Äh, die Rohre, die da oben auf das Ding stehen. Aber gut, meine lieben Freunde. Wenn's euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Und wir sagen tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein! Tschüss! Tschüss!